Ja, ihr Lieben, 2020 ist jetzt fast um. Wir möchten euch wunderschöne Weihnachten wünschen und möchten Danke sagen an all die Firmen, die uns dieses Jahr unterstützt haben bei den Streaming-Konzerten, an alle Veranstalter, die Konzerte mit uns gemacht haben, die sich getraut haben und natürlich an euch, liebe Fans da außen, die uns so schönes Feedback gegeben haben. Hoffen wir mal, dass 2021 geil wird und bis dahin bleibt uns gesund, habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Alles Liebe. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank.